Die Hausverwaltungen scheuen sich oft, direkt zu sagen, dass sie gewisse Klientel gar nicht bedienen dürfen. In vielen Fällen wird sich zunächst auf ein Gespräch eingelassen, bei dem man dem Interessenten mitteilt, dass man ihn auf eine Warteliste setzt und er informiert wird, wenn eine Wohnung frei wird. Dies passiert aber in der Regel nie, sodass die Leute auf den Wartelisten wartend verschmoren. Was wäre aber, wenn du der Hausverwaltung vor dem Setzen auf die Warteliste einen Grund geben könntest, der dich interessant macht, um eine Wohnung zu bekommen? Kann ich loslegen? Ok. Ich lege jetzt los und gebe mein Bestes, das für euch in den letzten Jahren gereifte Wissen informativ und spannend aufzubereiten. Klickt jetzt auf den Link über oder unter diesem Video und holt euch mehr Informationen. Ich bin sicher, ihr werdet davon profitieren und viele spannende Informationen erhalten. Jeder hat es verdient, eine vernünftige und schöne Wohnung zu finden. Macht das Beste draus!